Also los, Kater! Kätzchen! Bestimmt kein Boto-Gel, oder? Hust, Hust... ...meint Hust, Hust... Nein, hat er nicht. Zumindest nicht als Miet. Eisboden... Ach, Feuer ist neutral gegenüber Boden. Ja, komm! Triff am besten fünfmal! Und tötet dich damit selber, du Idiot! Warum hast du nicht einfach... ...eine Bohnen-Attacke gemacht? Ich bin ein Gift-Pokémon. Ja, du bist ein Gift-Pokémon. Wieso bleibst du mit einem Gift-Pokémon... ...bei einem... ...ja, Bohnen-Pokémon drinnen? Ich weiß es nicht. Der Flammenwurf war zu entzückend. Klafi! So bin ich jetzt nicht ganz... Nein, es ist Hirnontor. Warum hat Bohnen-Attacke eine Mega-Entwicklung bekommen und nun nicht... ...dings? So viele Namen, die man sich merken muss. So viele Hypertränke, die die... ...Gegner haben. Was soll das? Perfekto! Komm! Du möchtest doch bestimmte Parfum-Level abgeben! Ja, sehr schön! So redest du dich mit Jude an! Und wieso brauche ich hier... Es geht hier sonst nirgendwo weiter! Warum brauche ich Kraxler? Hätte ich Kraxler schon haben müssen? Zwei Punkt! Ja, wo ist der? Das ist doch... ...so was von fies! Sind hier vielleicht noch mehr Ausgänge, von denen ich nichts weiß? Das ist aber wieder Schutz! Das müsste eigentlich ein Schatten dann sein... Vor allem eins ist merkwürdig! Vorne ist ja der Baum, wo es reingeht, aber... ...da drüber ist direkt so eine freie Fläche... ...das ist irgendwie total unlogisch! Mit dem Aufbau her! Ich brauche Kraxler! Um hier weiter zu... ...kommen! Wo soll ich Kraxler herbekommen? Ich war doch überall... ...hab immer mit jedem geredet! Ja, Schutz ist abgelaufen! Muss ich jetzt ernsthaft nachgucken? Wo es die vor einem Kraxler gibt? Wenn es ein Feuern ist! Es wird sowieso sowas von ein Feuern sein! Kotz wirkt Brechreiz! Kotz wirkt Brechreiz! Glaubt ihr gar nicht! Zehn Minuten noch! Einfach mal noch zehn Minuten reinkriegen! Indem wir ins PokéCenter gehen! Zehn Minuten lang! Ja, zehn Minuten gehen wir jetzt immer wieder rein und raus aus dem PokéCenter! Sorry Chicken, but the Kraxler is in another castle! Vor allem muss ich... Was muss ich zum Beispiel bei der Festasor machen, um als autorisiertes Individuum zu zählen? Damit ich da durch kann! Ich hab keine Ahnung... Ich versuche nicht, wo ich noch hin soll! Kommt schon Leute! Lasst mich durch! Ich bin autorisiert! Ich bin immerhin der Champ der Liga! Was soll denn das? Weh! Ich muss erst in den Gebäuden gewinnen! Das ist doch ekelhaft! Vor allem, da steht nicht mal irgendwas von wegen Wald! Das ist einfach nur gute AE! Oh jeee! Die Map verändern Tatsachen! Skypillar! Das schreit so was von dich nach Alquaza! Nein! Ocean Current! Ja! 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 Hierobre! Das ist nicht Golens bestimmt! Silvertown. Chicken weiß nicht, was wir machen sollen. Das ist alles gemein zu ihr. Das ist so gemein. Ich war hier eigentlich schon überall, habt ihr mit jedem geredet? Vielleicht muss ich ja mit dem Professor reden und er gibt mir jetzt, wo ich Champ bin. Kraxler. Sag mir, du hast Kraxler für mich. Ah! Chicken! Nein! Ich will nichts über mein Pokédex wissen, ich will Kraxler! Los, Brandon! Frontier. Ja, ich war beim Battle Frontier. Hat mir aber auch niemand geholfen, so wirklich. Hast du mir noch was zu helfen? Oder du da oben? Habe ich mit dir jemals gesprochen? Professor? Uuuuuh! Koffen, wir sind Professor Araki's Lab. Her lab always gives us many great information about Pokémons. Ja, schön. Wollen wir vielleicht mit ihr reden? Wie komme ich am schnellsten dort hin zu ihrem Labor? Ja, ihr Labor, wo dieser gefährliche Generator abgeschaltet werden musste, wo ich doch Chris gefangen habe. Und mal im Ernst, wo war das überhaupt? Wir gehen langsam die Ideen aus. Flour Shop. Das stimmt doch irgendwie alles nicht überein. Das ist zum Beispiel gar nicht die Safari Zone. So scheiße. Echt mal. Warte, gab es hier nicht. Laut Apokodex Barschwa. Da fange ich mir jetzt ein Barschwa noch die restlichen Minuten. Ich muss erstmal durch die Höhle laufen. Ah, da brauche ich auch Kraxler. Überall brauche ich Kraxler, aber ich habe es nicht. Hier konnte ich hoch, richtig? Das ist für Geheimbasis nur. Nicht so was von gemacht. Ist da überhaupt irgendwo eine Wasserstelle? Ja, bis ich bei der Wasserstelle bin, ist die VW schon vorbei. Sagt's euch. Aber hey, dann haben wir uns ein bisschen die Zeit vertrieben. Was mit den Quests und Missionen ist zwar schön und gut, aber nicht so gut ist, dass man kaum Hinweise bekommt. Ich meine, woher hätte ich wissen sollen, dass ich da oben bei Golden City hin muss? Vor allem, wo soll ich wissen, wo Kraxler ist? Du bekommst Kraxler nur, wenn du die Liga 500 Mal am Stück besiegst. An einem Freitag, den 13. Der 13. Der AC. Handeln wir noch ein bisschen. Meine Nerven. Wir sind schon bei 13 Minuten. Zeit im Mangeln. Leute, haltet ab. Wartet dann für die nächste Folge ab. Hier kommt nicht nur irgendwelche Pokémon. Ich weiß nicht, weil der Schutz noch aktiv ist. Nein. Hallo, Tintoxo. Ich habe einen Tentarchal, also brauche ich dich nicht wirklich. Tschüss. Und da brauche ich nochmal 20 Folgen, was Pokémon zu fangern. Ich sehe es jetzt schon. Na ja, das ist ja hier ein E-Emulator. Das heißt, ich kann auch selbst mit einem Kampf speichern. Für safe state. Ich muss zwangsläufig das Menü noch benutzen. Sag mal, Tintoxo, du bist wie das Gyarados vorhin. Kommt, ziehen Pokémon vom Meeresboden. Hier kommt so Lugia. Das ist kein Lugia. Jedenfalls, als ich das letzte Mal nachgeguckt habe, sah Lugia noch anders aus. Na ja. Ich würde aber sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Aufnahmesession wieder. Meine kleinen Freude. Ich werde jetzt einfach nachgucken, wo ich die VRM-Kraxler herbekomme. Das kann ja nicht mehr so weitergehen. Wo soll ich denn da? Soll ich doch mal alles absuchen? Ist ja nicht so, als ist diese Welt sie zurzeit groß. Ich weine gleich. Lass uns da in Schau. Hoffentlich mit mehr Informationen und weiter Weg.